Hallo, heute sind wir im Tiergarten Schönbrunn in Wien. Wir haben da zum Beispiel so eine Zwergkappenform, man weiß es noch nicht genau, vom Lekhevitz in Ungarn, das ist so der größte Malzsee der Welt sogar und da ist eben die Geschichte, dass der See ein relativ warmes Wasser hat, dort gibt es aber der Malbad und da wird die Quelle abgesaugt und da besteht jetzt die Gefahr, dass zum Beispiel die Temperatur vom See aufgrund dieser warmen Quellennützung abnimmt. Und das war bis jetzt die einzige Barriere, weil die Entwässerung von dem Malzsee geht dann weiter und da kommt die ursprüngliche Kappenform, also der Wildkappen, vor. Und die einzige Barriere war an und für sich der Temperaturunterschied zwischen den übrigen Gewässern und dem Malzsee und wenn jetzt die Temperatur zurückgeht, kann es sein, dass dann quasi der Wildkappen einwandert und diese Form einfach dann miteinander vermischt. Und die zweite ist dann noch eine endemische Rotfedernart aus dem rumänisch-ungarischen Grenzgebiet und die hat das selbe Schicksal ereilt, also dann wiederum auch der Malquelle abgezweigt und die waren dann einfach getroffen. Und seitdem ist auch diese Art in Pernadu ausgestorben. Musik Musik Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst, dass ihr euch in den Kommentaren habt. Schreibt euch nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben, wenn es euch gefallen hat. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren. Musik 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 Musik